Willst du dich jetzt auch sagen? Ich habe mit Absicht so ein billiges Ding gekauft, wie gesagt, nach drei oder vier Tagen habe ich dann die ersten zwei Brandlöcher von Elend reingeladen gekriegt. Möchtest du dich noch kurz grüßen, oder? Einenfalls so, das siehst du, schuldest mir übrigens seit ungefähr vier Jahren einen neuen Teppich. Liebe Grüße. Ich schicke immer den Lieben Ohr an. Willst du das Ding fertig haben? Das glaube ich nicht. Was haben wir für ein Datum? Wir nehmen das heute am 14. August auf. Meine Planung sieht vor, dass das hier irgendwann Anfang Oktober wahrscheinlich veröffentlicht wird. Wenn ich es gucken möchte. Das passt mir nicht so richtig. Nein? Möchtest du es lieber zu Weihnachten dann? Anfang September vielleicht? Philipp! Ne, die Planung ist ja anders. Ich muss erst mal Mario Party und zwei freischalten. Das habe ich auch. Aber ich kann dir gerne einen Link schicken, sobald du es raus gewinnen möchtest. Äh, ja, ja, unbedingt. Wow. Ich kann das auch verstehen, dass du Donkey Kong noch mal beim Gewinn zuschauen möchtest. Ich würde mich da auf jeden Fall für anmelden. Wenn es sonst keiner tut, freierst du dich halt selbst, ne? Ja. Boah. Oh ja, ich möchte flieb die Fresse polieren. Bye. Fluxyralen! Bitte nicht! Nein! Oh! War das den Berg hochlaufen? Ja, Berg hochlaufen, Fels aufweiten. Aber das habe ich doch fast. Hä? Ah ja, oder? Fluxyana ist klar für sich. Habe ich aber die Felsen hoch. Ja, ja, ja. Und wir bewegen. Und los! Bewegen kann ich. Im Kreis fahren kann ich nicht, aber... Im Kreis fahren kann ich auch gut. Stimmt. So. Los, ihr Duschen. Die Steuerung mit bewegen ist aber auch echt ein bisschen doofig. Oh Gott, wie das ich verfreue. Ups. Oh. Man rutscht ganz runter? Nö, aber oh, wie weit rutscht man denn bitte? Das ist ja wohl das allerletzte. Teilt euch auf, ihr habt ihr auf der leichten Schiene hier gerne. Was macht ihr denn da unten schon wieder? Wir haben ihn doch abgelenkt. Ich war Luigi. Man läuft in Schneckengeschwindigkeit hoch, aber runter einmal drücken ist instant, ey. Scheiße. Ach man, schon wieder da. Das hast du dieses Spiel. Das war souverän gelöst. Souverän gelöst von Peace. Das ist so ätzend. Wenn du es einmal verkackst, hast du keine Chance mehr. Ja, das ist souverän. Gut gezielt. Wenn du so wie Hufi da hochläufst und einfach auf halber Strecke einschläfst, dann läufst wie in der Realität. Was? Quasi rückwärts. In der Zeit. Oder? Ja. So wie das eben aussah schon. Ich würde den Abend ganz gerne auch nochmal sechs Stunden zurückdrehen. So ist das nicht. Welche Schmutzwürde würdest du, Herr Lieben, nochmal genau so verlaufen lassen, wie es jetzt wäre? Ja, wir haben einen Aus und mit vorne. So, Kinder. Mhm. 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 Das sagt die Richtige. Wenn wir das machen würden, hätten wir für dich immer noch Prinzessin. Entschuldigung. Entschuldigung. Okay. Oh, das fällt mir so schnell gedrückt. Das ist die ganze Zeit dran, oder? Ja, irgendwie, oder? Doppelt so häufig. Ja. Nach rechts, nach unten, nach unten, dann haben wir wieder ein Kampfspiel. Oder du gehst aufs Fragezeichen, drehst das Schild. Ich dreh das Schild. Ja, drehst das Schild. Ja, drehst das Schild. Mit Pora-Ansicht. Wohl. Das hat Methode. Wartet auf. Aha. Die Camp ist ja keiner von uns. Ah! Ah! Der Versuch, leise Chips zu essen. Ja, nicht schlecht. Ja, ich war der Versuch, leise Chips zu essen, aber dabei möglichst laut zu sein. Ich hab was zu spinnen, genau. Ehrlich? Was hast du da? Ja. Das weiß ich auch nicht. Telekauf, glaube ich. Telekauf? Ja, Shopping unterwegs. Äh. Du musst noch mal drücken. In die Richtung muss ich? Ja. Ich kenne immer wieder aus. Also irgendwo eine Wahl ist hier. Ja, hättest du es nicht gesagt, wäre ich jetzt nicht auf den Feld gelangen. Danke. Da heißt die Prozessin. Ja. Und vor allem Hufi, reiß dich zusammen. Wir spielen zusammen. Äh. Oh! Vielleicht kannst du dir einmal Mühe geben, das ist ja wirklich klasse. Einmal. Mach ich doch nicht schon vor, denn der Vorbeginn des Spiels ist aggressiv. Da steht die Farben des Fucklers. Ah, das ist das wieder. Oh, das Spiel kenne ich besonders gut. Toll. Letztes Mal konnten wir bei dir das zusammen. Super. Dann haben die Bratzen jetzt aufgeteilt. Das ist natürlich toll. Ähm. Waluchi und Pfirsich Strahl ausrichten mit A Spratzen. Du musst nur sprühen. Du musst nichts machen. Donkey Kong und Yoshi A und B oder A und Z könnt ihr euch aussuchen. Die Düse versprüht das Wasser, wenn du A brückst. Doch der Wasserstrahl wird dann kürzer. Diesmal muss ich nicht pumpen, das ist gut. Ja. So Affe? Ne? Neu. Du musst das glaube ich gar nicht unbedingt so schnell machen. Genau. Wenn du größere Pumpendinger hast, geht das auch. Eingermaßen. Ne, siehst du, das ist Kacke. Langsam macht's geiler. Oder? Das war mir, sorry. Ja, irgendwie. Ich muss auf seine Animation achten, hab ich das Gefühl. Ja, hat nicht gereicht, aber wir haben's versucht. Ja. Boom. Äh. Lieber Nils, es war mal ein Fest. Ja, danke. Wie ist das für dich auch mal? Ich arbeite sehr gerne mit Rätsel. Oh. Vielen Dank, vielen Dank. Das muss man... Der erste Gefolg seit langem Match. Oder hab ich auch das Gefühl. Voll gut, dass du den Affen diesmal hattest. Ja. Dass du auch mal gewonnen hast. Es ist egal, wie ich mich spiele. Ich hab hier drei Affen sitzen. Also von da ist mir das Ziel. Trost. Ah. Der macht der Mut. Kinder, wir haben Halbzeit. Noch zehn Runden Zigarettenpause. Ja. Es sind auch schon zehn Runden vergangen jetzt. Und einer hat immer noch keinen Stern. Das ist traurig. Warum bist du denn jetzt so? So, drei. Ähm. 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 Wo ist der Stern? Das heißt, ich muss also links abbiegen. Ich würde jetzt bei der Kreuzung ankommen, oder kannst du eine Runde verzögern? Und dann möchtest du gerne eine Runde verzögern, glaube ich. Ja. Runter. Hm. So. Und dann am besten ist es Runde eine 1 ungefähr. Was? Hast du gefühlt, du hattest irgendwas mit Tschüss? Ich schau ich mir draus. Ach Gott, nee. Das ist super geworden. Du kommst aufs gleiche Feld wie Dong Heng Kong. Hast du einen Schlützel? Ich hab einen Schlützel. Nicht verkehrt. Hast du dich innerhalb der letzten 15 Minuten erkältet? Nee, das ist mal eine Nasenscheide. Okay. Mach das nämlich da operieren zu lassen, das ist eine Knochenbrecher-Operation. Kann ich dir nichts zu sagen, tatsächlich. Das ist HNO. Battle for 50. Oh, da sind wir alle mit einem Boot. Oh, ja. Gewossartig. Schalten Sie uns nächste Woche wieder ein, wenn es wieder heißt, erste Besprechung verschiedene Operationen bei Mario Party. So, ich sind's. Was, wie sitzt du denn? Und ich bedrehe mir eine trügerische Tür. Na gut, dann. Dafür muss man sicher standfest sitzen. Okay. Wo war der Fehler in dem Satz? Äh, standfest sitzen? Was? Die Stopper vor. Und Cooper, ich bin mitten dabei und da brich ich wieder nicht. Tod, Buro und Cooper betreten das Schloss. Merke dir durch welche Tür jeder eintritt und antworte als Schnellster. A, B, Z. Gechillt. Wählst du die falsche Tür, hast du verloren, aber immer mit der Ruhe. Aber als Schnellster, aber mit der Ruhe. Gechillt. Oh. Aha. Das ist ja geil, dass die anderen sehen, was man auswählt, ey. Kein Plan. Dann nehm' ich das auch. Geh' ne Momi schon nicht wahr sein. Ja. Oh, die Prinzessin das verkannt. Immer mit der Ruhe. Immer mit der Ruhe. Ding, 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 ding. Na klasse. Hm. 4 Plus gemacht. Minus 20. Ich wollte sagen, freu' ich über 4 Plus zu machen, statt 20 abzugeben, ne? Du, das war völliger Euphorie, kam das nicht rüber. Oh. Gippie. Die war auch sehr ansteckend, tatsächlich, ja. Wuh, wuh. Geld sagt. Ich befrage nehmen mal an, wie fühlt sich das mit 92 Münzen immer noch letzter zu sein? Ah, nicht ganz gut. Sobald ich einen Geist treffe, kann ich dann der Prinzessin den Stern planen. Also von daher bin ich relativ entspannt. Beantwortet das deine Frage? Ja, dann gut. Bedingt. Nicht, dass es untergeht. Ach, nein. Was macht denn die Prinzessin, wenn sie zum Geist kommen? Ja, schwierig, ne? Wie fühlt sich denn das an? Na, machen wir jetzt mal Schaufel-Jobby. Du wirst gemein so langsam. Was? Ich hab nur eine Gegenfrage gestellt. Wir gucken erst mal, was passiert. Ja, richtig. Am Ende kackt die Ente. Am Ende kackt die Ente. Alleine seine miese Kackfrage, ey. Aber ich bin gemein. Das war natürlich. So hoch, ich muss das vorlesen. Übe doch dieses Minispiel. Übung macht den Meister und verlierst du, mach das auch nichts. Ist so ein Schild vorgelesen. Nur für dich. Das will ich nicht. Das will ich nicht. So, steig auf ein Hottehühig-Raster aus. Und komm, wenn ich nur für die Karotten mitten auf der Rennbahn helfen darf. A und B oder was? Oder Z? Wiederholt. Abwechselnd. Okay, A und B abwechselnd oder A und Z abwechselnd, Kinder? Danke. Treibst du dein Hottehüh zu sehr an? Bockt es. Werde langsamer, wenn die Karottenanzeige sinkt. Aha. Also schnell, aber nicht zu schnell? Hab ich verstanden. Ja? Okay. Ich bin so richtig, wenn ich nicht bin. Ah, du kennst mich bei sowas. Du musst halt auch füttern zwischendurch. Ich glaub, die Prinzessin kann ganz gut reiten. Hahaha. Ach, fuck auf. Ja, das ist... Ja, fuck auf. Äh... Also AZ funktioniert nicht so gut. Das ist eigentlich ziemlich egal. AZ funktioniert super. Könnte auch in die liegen. Hm. Das war... Ach so, ich soll die Karotte... Oh, ich dachte, da lag mir nicht. Ich dachte, ich werde nicht mehr hingehen. So, warum bin ich der Schefft gerotten, dann zu. Das ist doch voll still. Ja, leck mich alle beide. Das einzige, was nicht in Ruhe ist, ist, ist Tim genauso beschissen, den ich bin. Ich bin nicht im Spiel. Oh, dein Name ist Pott. Ja, dann nicht wie die Karotten dann. Jetzt geht doch mal! Gas! Ja, was geht noch nicht? Das ist das Ziel? Das ist das Ziel? Ja. Ja. Das ist das Ziel? Das ist das Ziel? Ja, ich bin respektabel Zweiter geworden. New Record. New Record, Alter. Wup, wup! Ich möchte dich nicht niederschmettern, aber du hast verloren. Ja, aber vor dir. Es gibt da nur Gewinn oder Verlieren. Vor dir. Nee, Zweiter ist auch schon gut. Für ganze 10 Münzen. Hey, guck mal, ich bin auch noch Zweiter. Just saying. Oh, es gibt gar keinen Treppen. Ich finde, da hätte man dir den Treppen ja gegen den Kopf. Hehehehehe. Geh mal mitten in die Fresse rein. Oh, krass. Jetzt soll man einen Würfel machen können, oder? Wie oft hast du nur einen neuen mit einem Würfel? Gelegentlich. So, ich muss mich jetzt mal hier... Äh, du läufst da durch die Gegend, die Prinzessin ist auch. Sei mir denn, das ist scheißegal. Das ist immer gut, wo ich bin. Weil das ist auch echt scheißegal. Ach so, ich hätte hier beim Stellen jetzt die Gelegenheit noch mal nutzen können, um zu gucken, wo du bist. Ja. Wieso? Wir sind nicht beide vierter, wir sind beide dritter. So, pass auf. Aber Fakt ist, ihr seid beide hinter mir. Am Arsch der Heide. Habt ihr eigentlich schon mal irgendeine Plakate gesehen, wo man so ein scheiß Geländschlüssel braucht? Nee. Äh, ja. Ja? Ich hab den schon benutzt. In der Mitte. Ach ja, stimmt. In der Mitte. Nee, wenn ich dir jetzt mal kurz demonstrieren darf. Nee. Wir haben noch so viel Zeit. Also wenn ich hier mal so ganz weit rüber scrolle... Bist du ungefähr nicht? Nee, hier bin ich falsch. Hier oben ist es. Weißt du Bescheid, ne? Hm. Ja, ja. War das gerade neun? Ja. Nur mal ganz kurz mit einem Würfel. Ich wollte nur fragen. Zu dieser Jahreszeit. Andere brauchen dann häufig zwei. So, jetzt bin ich gespannt, was dieser kackene Popelklumpenwürfel... Hm, du brauchst drei Würfel für neun. So. Bitte irgendwas, wo man treten und schlagen darf jetzt. Was? Äh... Fallball. Hm. Fallballer. Hm? Hm? Das war die geile Schnelle hier von Asterix und Obelix. Oh Gott, hast du den Namen noch drauf? Äh, hüpfen mit dem Hüpfball. Gegen deine Mitspielerin stoßen sie. Na lass doch mal ein Spiel an meinem Geschmack. Bewegen, springen und angreifen. Mit der Zeit wird das Spiel viel immer kleiner, weil die Blöcke in den Abgrund stürzen. Stürzt du nicht auf? Drum stürzt auch du. Wieso sind an meinem Ball keine Stachel dran? Oh. Nein, ich muss die andere beiden erst mal machen, ne? Oh. Oh fuck. Wieso hab ich noch nicht einmal geschwubbelt hier? Ich bin für euch viel zu blöd. Das ist doch toll. Ja. Ah, ich bin doch gar nicht raus. Wo ist denn hier raus? Oh nein. Oh nein. Oh nein. Das ist doch doof, ey. Ich wollte ihn angreifen. Versagt. Aber ich hab Sympathien mit dem Affen. Sympathien. Nur keine Mitleidspunkte. Also drei Spieler spielen gegen mich und einer noch für den Affen zusätzlich. Hab ich das richtig verstanden? Genau. Gut. Das ist eine gute Zusammenfassung.